Ihr wolltet schon immer mal einen super schnellen und kleinen Fahrstuhl in Minecraft haben, der nicht nur hoch, sondern auch noch runterfahren kann? Ja? Na dann ist dieses Video genau das Richtige für euch. Bevor wir mit dem eigentlichen Video beginnen, möchte ich euch noch ganz kurz sagen, dass ich so eine Art Fahrstuhl bereits gebaut habe und ihr zum besseren Verständnis euch dieses Video gerne anschauen könnt. Der Link dazu ist einmal in der Videobeschreibung oder ihr klickt einfach hier auf den Screen, wo das Video gerade eingeblendet wird. Außerdem möchte ich nochmal auf die Merkmale dieses Fahrstuhls zu sprechen kommen. Wie ihr gerade gesehen habt, kann dieser Fahrstuhl sowohl hoch als auch runterfahren und ist dabei auch noch ziemlich schnell. Hoch fährt man ungefähr mit 10 Blöcken pro Sekunde und runter mit 5 Blöcken pro Sekunde. Keine Sorge, das Runterfahren ist nicht zu schnell, damit man keinen Fallschaden bekommt. Außerdem ist er auch ziemlich klein. Er braucht am Platz nur 3 Blöcke nach hinten raus und jeweils 3 Blöcke nach links und rechts, also zur Seite. Um diesen Fahrstuhl zu bauen, benötigt man 20 Redstone, 3 Repeater, 1 Comparator, 2 Hopper, 4 Redstone Torches und 2 Sticky Pistons für die Basis. Plus für jeden Block, den man in die Höhe gefahren werden möchte, 2 Redstone, 2 Repeater, 1 Redstone Torch, 1 Sticky Piston und 1 Normal Piston. So, jetzt kommen wir endlich zum eigentlichen Bau des Fahrstuhls. Beginnen wir mit der unteren Basis. Da bauen wir uns erstmal so eine kleine Plattform, dass wir darauf stehen können und setzen schon mal unseren Button. Aber wenn wir den jetzt drücken, können wir natürlich noch nichts damit machen, also müssen wir den erstmal anschließen. Dafür gehen wir 2 Blöcke nach unten, setzen dann einmal Redstone da drauf, gehen dann hier noch einen Block weiter nach unten, dann noch einen Schritt nach rechts, da kommt ein Repeater auf Stufe 1, ganz wichtig. So, und jetzt gehen wir von hier aus 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke nach links und dann einen so schräg nach oben, setzen da überall Redstone drauf. So, und hier kommt nochmal ein Block nach vorne, ein Sticky Piston auf diese Höhe und dann einmal ein Holzblock dahin. So, und jetzt kommt noch der nächste Holzblock da ran und ja, dann sind wir mit der unteren Basis eigentlich schon fertig. Wenn wir jetzt den Knopf drücken, werden wir schon einen Block nach oben geschoben. Kommen wir nun zu den Pistons, die uns eigentlich nach oben tragen sollen. Fangen wir an, indem wir von diesem Block aus 2 Blöcke nach hinten bauen, auf den hintersten Block einen Sticky Piston setzen, der zu uns zeigt und davor einen Normal Piston, der nach oben zeigt. Dann kleiden wir hier noch schön die Seite aus und das ist das erste Stockwerk. Und das zweite Stockwerk ist genau wie das erste, nur gespiegelt. Das heißt, diesmal kommt auf die rechte Seite der Sticky Piston, davor weiter in der Normal Piston und wir kleiden die andere Seite aus. So, mit dem dritten Stockwerk würde man dann wieder hier den Sticky Piston hinsetzen, dann hier der Normal Piston und so weiter und so fort. Das Ganze baut ihr dann so hoch, wie ihr hochbefördert werden wollt. Jetzt wollen wir das Ganze mal ein bisschen verkabeln. Dafür ziehen wir erstmal hier links und rechts solche Türme hoch. So, und dann setzen wir hier neben jeden Sticky Piston einen Block und zwischen jeden Normal Piston auch einen Block. Und darauf kommen dann die Repeater auf Stufe 1, die nach hinten zeigen. Auf der anderen Seite natürlich genauso. Auch hier neben jeden Sticky Piston einen Block und dann zwischen jeden Normal Piston einen Block. Und darauf kommen dann die Repeater, die nach hinten zeigen. So, auf Stufe 1 alle. Und jetzt nehmen wir uns die Leitung, die von hier unten kommt, setzen einen Block schräg nach oben daran, eine Redstone Torch, Block drauf, noch eine Redstone Torch. Und das haben wir jetzt quasi als Fackelturm gemacht. Das werden wir jetzt fortsetzen. Na, so. Hier kommt dann wieder die Redstone Torch nach hinten und die Redstone Torch nach vorne. Die Redstone Torch nach hinten und nach vorne. So, und einmal brauchen wir es noch. Die Redstone Torch nach hinten und die Redstone Torch nach vorne. So. Jetzt sind die Torches, die nach vorne zeigen, immer aus. Und der Block, der sich da drunter befindet, daran setzen wir jeweils immer noch einen Block. Und darauf kommt jetzt einmal Redstone. Und dieses Redstone verbindet sich dann jetzt mit diesem Block, der dann direkt diesen Repeater paut. Und das ist genau das, was wir haben wollen. Denn jetzt kommt hinter diesem Block jeweils immer noch ein Redstone. So, müssen wir mal schauen. So und so. Darauf kommt dann jedes Mal ein Redstone. Also immer im Zweierabstand. Und hinter jeden Sticky Piston kommt jetzt auch nochmal ein Block. So. Und dann kommen hier auch nochmal die Redstone-Blöcke hin. So. Einmal hier freimachen und einmal hier freimachen. Immer abwechselnd. Also Redstone, Block, Redstone, Block und so weiter. So. Und jetzt kommen in die Zwischenräumer hier Repeater, die immer zur Mitte zeigen. Also wenn hier genau die Mitte ist, wenn hier genau die Mitte durchläuft, zeigt dieser Repeater nach hier hin zur Mitte. Der muss auf Stufe 2. Der zeigt auch zur Mitte. Der muss auch auf Stufe 2. Alle müssen sich hier auf Stufe 2. So. Und so. Und dann müssen wir hier unten noch einmal dran bauen. So. Auch auf Stufe 2. Okay. Das wäre es soweit erstmal mit dem Verkabeln. Hier müssen wir dann gleich noch den Fackelturm anbauen. Das mache ich jetzt aber auf Screen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So. Ich habe jetzt auf der anderen Seite hier diesen Fackelturm erstellt. Den müssen wir natürlich noch anschließen. Dafür geben wir hier an diesem Repeater einen Block schräg nach oben und noch einen Block schräg nach oben. Die beiden Blöcke können wir wegnehmen und dann einfach nur mit Redstone hier verbinden. Und fertig ist das Ganze. So. Jetzt wollen wir uns mal daran machen, dass wir auch die obere Basis bauen können. Dafür müssen wir jetzt hier noch zwei Stockwerke hinzufügen. Das heißt, ihr müsst das, wenn ihr das nachbauen wollt, mit einberechnen, dass ihr jetzt hier quasi noch zwei Stockwerke draufbauen müsst. Das erste, das ist dann noch ein ganz normales. Und das zweite, das oberste, das letzte, ist dann ein Sticky Pisten und davor kommt ein Normal Block und kein normaler Pisten mehr. So. Dann gehen wir hier auf dieser Seite von der obersten Torch, gehen wir einen Block nach oben, einen Block nach hinten und dann quasi einmal hier so um die Ecke rum. Dann kommt hier noch ein Block hin und hier. Dann können wir die da drunter abschlagen. So. Einmal Redstone, damit die Torch hier dieses Redstone poweren kann. Einen Repeater auf Stufe 1 und noch einen Repeater auf Stufe 3, der dahin führt. Und dann müssen wir auf der anderen Seite nochmal den Fackelturm um zwei Stockwerke erhöhen. So. Das müssen wir dann logischerweise auch noch hier schön verbinden und nochmal die Repeater-Konstruktion hier einbauen. So. Dann kommt hier auch nochmal das Redstone drauf. Und hier hinterher kommt jeweils noch ein Block. Ein Repeater immer, der in die Mitte zeigt. So. Und hier auch noch. Dann kommt hier auch noch ein Block hin. So. Also es ist immer das Gleiche. Im Endeffekt sieht es dann sehr symmetrisch aus. Sehr gleich. So. Jetzt überlegen wir uns mal, wo wir denn dann aussteigen werden. Dafür füllen wir erstmal hier die Türme auf und sehen dann diesen Sticky Pisten, der einfach nur den Block nach hier rausschiebt. Das heißt, hier werden wir dann drauf stehen können. Und das heißt, hier ist dann die Plattform, wo wir drauf laufen können. Dann gehen wir an diesen Block. Setzen zwei Blöcke da drüber und holen uns dann einen Button. So. Setzen den da dran. Dann kommt hier hinter ein Block drauf mit einem Redstone. Ein Sticky Piston, ein Block drauf, ein Block davor. Ein Repeater auf Stufe 2. Dann kommt hier unten ein Redstone drauf und da drüber ein Block. Über diesen Repeater kommt dann ein Block mit einer Redstone Torch. Und hier neben kommt dann ein Block. Daran setzen wir einen Hopper. So. Und dann müssen wir den Block wieder wegschlagen und an diesen Hopper noch einen Hopper setzen, sodass die beide ineinander zeigen quasi. So. Und da kommt dann ein Item rein. Und man sieht schon, dieses Item springt jetzt immer hin und her zwischen den beiden Hoppern. Das können wir auch nochmal schnell überprüfen mit diesem Comparator. Der wird immer an und aus. Also der geht immer an und aus, immer wenn ein Item da ist oder halt nicht. So. Den brauchen wir sowieso. Den können wir da lassen. Müssen wir nochmal hier schnell ein bisschen Redstone drauflegen. Und dann kommt hier nochmal ein Block hin. Und hier dran kommt noch ein Block. Noch ein Block. Eine Redstone Torch drauf. Und hier noch eine. Und hier nochmal Redstone drauf, sodass das quasi wie so ein alter Repeater aussieht. Und jetzt müssen wir an diesen Fackelturm gehen und nicht die obere, sondern die zweitoberste Fackel nehmen, die nach hinten raus zeigt. Da vorne dran einen Block setzen. Da drauf kommt einmal Redstone. Und davor dann eine Redstone Torch auf einen Block. Darüber kommt noch ein Block. Einmal Redstone da drauf. Und dann hier so schräg rüber auch nochmal Redstone, sodass sich das hier schön verbindet. So. Jetzt müssen wir gucken. Diesen Block hier, den können wir nochmal kurz wegschlagen. Und dann müssen wir auf dieses Redstone einen Sticky Piston setzen, der zur Mitte hin zeigt. Zum Fahrstuhlschacht sozusagen. Können wir hier das wieder auffüllen. Und dann müssten wir, wenn ich mich jetzt recht, äh, wenn ich jetzt nichts vergessen habe, müssten wir da eigentlich fertig sein. Schauen wir mal nach. Der fährt schön hoch. So. Und hier oben ist dann alles geschlossen. Die Pisten hier bleiben auch ausgefahren. Das heißt, wenn man sich dann jetzt hier hinstellt, so, dann fährt man auch schön wieder runter. Okay. Das bedeutet, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, ist, klar, hier oben ein bisschen verkleiden. Das ist dann eure Aufgabe. Aber, aber was noch ganz wichtig ist, und deswegen zeige ich euch das nochmal, ist, wir müssen hier ab dem dritten Block irgendein Material hinsetzen. Ich nehme jetzt einfach mal Glas, damit man da noch schön durchschauen kann. So. Zack. Das führen wir dann bis ganz noch oben unter die Decke. Und dann müsste der Fahrstuhl auch schon fertig sein. Zack. Das ist das Hochfahren. Und das Runterfahren geht so. Wie man sieht, bekommen wir keinen Fallschaden. Aber ganz wichtig, diese, diese Blöcke hier. Also entweder Glas oder irgendwas anderes. Denn wenn das nicht da ist, hier war es mal ganz kurz weg, dann fällt man definitiv raus. Das ist immer so. Das ist einfach so. Deswegen müsst ihr ganz wichtig da die Glasblöcke hinsetzen. Erst habt ihr einen dritten Block, logischerweise, sonst kommt ihr da gar nicht rein in den Fahrstuhl. Und ja, dann würde ich mal sagen, war es das für dieses Tutorial. Ich hoffe, das hat euch soweit gefallen. Schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, ob euch dieses neue Format ein bisschen gefällt und was euch so dazu einfällt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, Leute. Bis dann. Ciao.